Ja, es war wirklich ein ganz besonderer Abend, auch ein sehr aufregender Abend, weil wir uns wirklich sehr lange darauf vorbereitet haben. Das Tolle an dem Album Tom Gable Live at the Savoy ist, glaube ich, für viele Leute auch, dass da Songs drauf sind, die wir sonst nicht auf Platte herausgebracht haben. Und wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, wir nehmen das jetzt endlich mal auf. Die Leute können das dann auch zu Hause hören und ein bisschen den Spaß nachempfinden, den wir immer live haben. Und wir sind ... ... ... ... ... ... ... I did it my way